Mal wieder an meiner Seite, meine bessere Hälfte, Össlem und es gibt ein Kochvideo. Das sieht ganz gut. Guck mal, hat so Lippen wie du. Hallo. Ich bin der Gemüsemann. Das ist eine lange Weile. So. Ja, ich sag ja, so sieht das wieder mehr nach dir aus. So, Baby, dann zaubern wir mal eine Bowel.